Die EU ist wichtig, weil wir nur gemeinsam stark sind und im Verhältnis zu anderen Globalisierungen in der Welt dann auch standhalten können. Die Europäische Union ist wichtig, weil wir eine starke und stabile Währung brauchen. Dazu haben sich die Eurostaaten auf gemeinsame Leitlinien den Maastricht-Kriterien verpflichtet, deren Einhaltung unbedingt gewährleistet sein muss. Auch darf es nicht zu einer Vergemeinschaftung von Schulden der Eurostaaten kommen, auch nicht durch die Hintertür gemeinsamer Sozialsysteme.